Entdecken Sie das myDPD-Dashboard für Ihr Business. Egal ob Online-Großhändler, lokales Elektronikfachgeschäft oder kleiner Handmade-Modeladen. Mit myDPD haben Sie Ihre Sendungen immer auf einen Blick und auf einen Klick. Das Dashboard verfügt über praktische Widgets, die Sie individuell konfigurieren und per Drag & Drop an die Stelle ziehen können, an der Sie Ihre bevorzugten Funktionen und Informationen am besten erreichen. Mit dem Einbinden Ihres eigenen Logos machen Sie das Dashboard zu Ihrem Dashboard. Individuell, innovativ, intuitiv. Übersichtliche Versandstatistiken. Paketverfolgung. Nächste Abholung. Tagesgenau. Retouren und Rückholungen unkompliziert managen. Proaktiver Service für Ihre Kunden. Zustellhindernisse und Reklamationen ganz einfach selbst verwalten. Perfekt auf Ihr Business zugeschnitten. Einfach alles auf einen Blick. Das neue Dashboard macht den Paketversand für Ihr Business noch einfacher, flexibler und schneller. Auf Wiedersehen. Noch mehr. Mission. of Forever. . Benediktat. Is.